ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge bei uns im kanal wieder kassler modellbau jetzt geht es endlich an den wendelbau ich habe hier schon mal einiges vorbereitet aber wie es dann tatsächlich geht und wie es weitergeht seht ihr nach dem intro so 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 Willkommen zu unserer Kurzfassung. Wie versprochen, das Beste aus allen Teilen, alles Relevante, was man braucht, wird erklärt. Es sind sehr viele Schritte, wundert euch nicht, deswegen ist es so lang. Zuerst stellen wir euch ein bisschen an Korb, danach kommen die ganzen Clips dazu und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich hoffe es gefällt euch. War viel Arbeit, ein riesen Berg, aber es ist endlich geschafft. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben, vielleicht auch über das ein oder andere Abo, bis zum Glück auf YouTube kostenlos. Des Weiteren schaut in der Videobeschreibung, wir haben Instagram, wir haben Facebook und vieles weitere. Unsere E-Mail-Adresse ist da angegeben. Wenn ihr Fragen habt, schreibt in die Kommentare da unten. Ja, und dann genießen wir jetzt mal den Anblick. Viel Spaß. Tschüss. Bevor es zur Praxis übergeht, stellen wir das Projekt vor und haben einen kleinen Überblick über das benötigte Material und Werkzeug für euch zusammengetragen. Wir bauen eine modulare Anlage auf zwei Ebenen. In der unteren Ebene soll später ein Schattenbahnhof entstehen. Um von der oberen Ebene in die untere Ebene zu fahren, benötigen wir mindestens eine Wendel. Deshalb haben wir uns gedacht, machen wir das mal für euch und zeigen den Freunden von Modellbau Niederkassel, wie wir eine Wendel gebaut haben. Da wir mehrere bauen, war dies eine sehr gute Gelegenheit. Wir haben alles in dieser Kurzfassung für euch zusammengeschnitten und nun zum nächsten Schritt. 4 mm Sperrholzplatte Wasserlöslicher Holzleim Spritzflasche aus dem Chemiebereich Pinnwandnadeln Gleisschuhe Gleise Dremel Dreizehner Schraubenschlüssel Lötkolben und Lötzinn Unterlegscheiben Muttern Gewindestangen Eisensäge Wäscheklammern Maßband Gliedermaßstab Kleine Pfeile Runde Bleistifte Eine Kreuzschraube für den Wendelzirkel Den Wendelzirkel und wie der gebaut wird, zeigen wir euch. Eine lange gerade Leiste Unterlage zum sägen Schraubzwingen 2 Stück Holzbohrer Aber bestimmt noch mehr. Nur ein kleiner Überblick für euch. Aber jetzt genug erzählt. Jetzt geht es an den praktischen Teil. Um meine Wendeltrassenbretter vernünftig anzufertigen und anzeichnen zu können Baue ich mir zunächst mal ein Hilfsmittel Meinen sogenannten Wendelzirkel Ich habe mir hier ein Vierkantholz besorgt Was ich entsprechend auf die Länge etwas länger abgesäckt habe Wie das Radienmaß von meiner äußersten Linie ist Ja, habe hier einen 3mm Bohrer eingespannt Was für ein Verholzer wendest du? Gerobeltes Fächtenholz Und dann nehme ich den nächsten Bohrer Ich nehme den nächsten Bohrer Das ist mein Vierer Vierer Bohrer Wunderbar Schraube Lässt sich locker durchstecken Das ist jetzt mein Mittelpunkt von dem Zirkel Beziehungsweise halt eben die Zirkelspitze Ich habe mir jetzt dann dementsprechend Maße ausgedacht Dadurch dass meine Wendel Module die Maße 90 mal 90 haben Kann meine Wendel dementsprechend auch nur maximal 90 im Außendurchmesser sein Wer in Mathematik ein bisschen aufgepasst hat weiß, dass der Radius der halbe Durchmesser ist Also R gleich D halbe Deswegen muss ich dann jetzt halt eben auch direkt von der Mitte der Schraube dementsprechend anzeichnen Das ist natürlich jetzt ganz toll, dass ich hier eine Kreuzschraube verwendet habe Dann habe ich nämlich genau meinen Mittelpunkt Indem ich dann nämlich genau den Schraubenschlitz anlege Und sage dann, ich zeichne mir da meinen Außenradius an Der in meinem Fall jetzt hier genau bei 45 cm liegt Das wäre dann quasi die Außenkante vom Wendeltrassenbrett Und da man das Lichtraumprofil ja auch bedenken muss Lichtraumprofil ist nichts anderes als der Bereich wo an der Seite von den Zügen halt eben sich nichts befinden darf Der Lichtraum Wenn jetzt so ein Wagen um die Kurve fährt Dann schwenkt der ein bisschen aus Und dementsprechend darf natürlich in einem gewissen Bereich innen und außen nichts stehen Ich habe das vorher schon mal so ein bisschen ausprobiert und ausgetestet Das ist bei meinem Standard D-Zug Wagen wie eine Lüb Also Länge über Puffer Quasi von da bis da 165 mm Arm Das ist so dieses Standardmaß bei D-Zug Wagen Das sind eigentlich so mit Die längsten Waggons die bei mir auf der Anlage laufen Mag vielleicht noch ein bisschen was längeres geben Kann gut sein Aber das ist so halt eben so mein Richtmaß Wo ich dann sage Da muss ich mich nach richten Das heißt also Ich habe von meiner Außenlinie des Trassenbrettes Wo ja hinterher auch noch dementsprechend die Stützen durch die Trassenbretter kommen Die bei mir aus 6 mm Gewindestangen bestehen Da muss ich dann auch bedenken Dass da ja halt eben unter anderem sowohl außen wie auch innen dann noch die Gewindestangen sind In 6 mm Dementsprechend zeichne ich mir die Gleismitte vom Außenkreis der Wände auf 42,5 cm an So dass ich dann halt eben außen dementsprechend zwischen der Gleismitte und dem Außenkranz 2,5 cm Luft habe Dann habe ich mal jetzt 42,5 cm also 425 mm Bei jedem Gleissystem gibt es auch den sogenannten Parallelgleisabstand Der Parallelgleisabstand sind bei dem System was ich verwende von Minitricks Aber im Prinzip auch genauso bei Fleischmann oder damals gab es halt eben auch für die Spurenden noch das Wokugleis Der Parallelgleisabstand beträgt da eigentlich standardmäßig immer die 33,6 mm Ich habe das jetzt einfach mal runtergerechnet Da wäre ich dann beim nächsten Kreis dann bei 391,4 mm Ja jetzt versuch mal 391,4 mm mit einem Zollstock anzuzeichnen Ich sage ich gehe einfach auf 39,15 so in etwa Sollte ungefähr hier sein 39,1 ich meine wenn es bei 39,1 liegt dann sind es halt eben vierzehntel Unterschied Das wird jetzt nicht so tragisch sein denke ich Innen brauche ich ein bisschen mehr Platz Weil wie man sieht Die Wagen Habe ich so das Gefühl Die sind innen Brauchen die mehr Platz als außen wenn die so die Kurve hat Und dementsprechend bin ich innen hingegangen Und habe dann gesagt ich lasse innen 3 cm Luft Das heißt ich müsste dann innen auf 361,4 mm gehen Weil meine Gleismitte Wir erinnern uns zwar vorher bei 391,4 mm Davon dann jetzt wieder 30 mm runter bin ich bei 361,4 mm Das zeichne ich jetzt dann auch noch an Und somit habe ich dann dementsprechend Zrillschauer schön angezeichnet Das ist mein Schreiderwinkel hier Womit man dann halt eben auch wirklich vernünftig schöne gerade Striche ziehen kann Weil ich die Möglichkeit habe Den halt eben mit der Kante hier unten anzulegen Und dann ist das auch wirklich schon gerade Und hier gibt es auch noch einen Strich Dass man das so in etwa mittig da rein kriegt Ja sieht schon besser aus Ich habe vorher meinen Bleistift Den ich dann zum Anzeichnen verwende Habe ich mir mal ausgemessen von der Dicke her In etwa ungefähr 8 mm Deswegen nehme ich mir jetzt auch einen 8 mm Holzbohrer Die Holzbohrer haben den wunderbar großen Vorteil Dass die vorne auch noch eine Zentrierspitze dran haben Die ich natürlich dann auch genau auf meine Kreuzmarkierung hier aufsetzen kann Und wenn ich dann damit gerade da rein gebohrt bin Dann sollte es auch tatsächlich funktionieren Dass ich da wirklich auf 450 mm ganz genau und exakt mir da was anzeichnen kann Dann drehe ich mir nämlich diese Schraube jetzt einfach mal hier hinten in mein Herzchen rein Und dann tappt das Ding so mit Schau mal auf mein Bohrbrett fixiert Ich bohre jetzt mir einfach da so entsprechend die Löcher rein Am liebsten natürlich gerade So Und wie sagt ihr mein Bekannter aus dem Bohrbrett nicht so schön Und fertig ist das Dorf Und da wo das alles so ein bisschen ausgeframselt ist Ich schmeiße den Senker durch die Linden Hat eben ein Senkbohrer Ich senke das jetzt noch ein bisschen an Aber im Prinzip auch nur Um es etwas zu entgraten Der muss also nicht super professionell aussehen Und 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 super und und sauber gearbeitet sein Und die Bohrungen die müssen schon an richtigen Stellen sitzen Das ist keine Frage Aber wichtig ist halt eben Bei diesem bei diesem Zirkel Nicht so die Optik Sondern halt eben die Funktionalität Das heißt es muss funktionieren Man muss da halt eben Die Marke mit dem Partner Es ist eine preisgünstige Sache Und es ist auf jeden Fall auch eine Einfallzeichen Sache Womit man dann halt eben Sich da in Sachen Wendelbau Die Sache schon wesentlich vereinfachen kann Weil mit dem Ding Kann man jetzt hinterher wunderbar anzeichnen Wollen wir mal mit dem Wendelzirkel arbeiten Wollen wir mal mit dem Wendelzirkel arbeiten Und uns dann halt eben Unsere Trassenbretter Entsprechend anzeichnen Um jetzt von dem Brett Wo unsere Trasse Daraus gefertigt werden soll Die Mitte zu finden Habe ich mir Folgendes ausgedacht Ich habe mir hier eine lange Leiste genommen Die ich also genau von Eck auf Eck Anlege Und dann gehe ich hin und Mach mal einfach eine Linie drauf Einmal da Und dann Gehe ich von den anderen Ecken auch nochmal Kein Platz mehr Wand in sich Stimmt doch mal einer die Wand weg da Diagonal von Ecke zu Ecke Ganz genau, Björn Und dann so siehts aus So und dann Muss man halt eben Mal sehen Und dann Muss man das so Doch ziemlich Exakt angelegt Kriegt da hinten Weil wenn man die Ecke Weil die Mitte nicht genau Hammert? Ich habe es ja Ich glaube ich habe es auch Und ziehe da einfach mal Vorbei Und dann haben wir da nämlich Wo sich die Kreuzlinien schneiden Du hast jetzt den Zirkel Mit der Schraube in der Mitte fixiert Den Zirkel habe ich jetzt Mit der Schraube in der Mitte fixiert Jawohl So und zeichne mir dann auch Jetzt erst mal ja Ich sag leider nur zwei Hände Dann musst du jetzt nicht mit drei Bleistiften Ich zeichne mir jetzt dann halt eben Äh Wieder meine Gleis mitten an Ich bin hier hin gegangen Und habe gesagt die Außenkante habe ich ja eh schon Bedingt durch die Äh äh Außenwände Und bin dann vier Zentimeter nach innen gegangen Und dann habe ich wieder meinen Parallelgleis Abstand Und dann bin ich nochmal vier Zentimeter nach innen gegangen Ich habe jetzt hier bewusst vier Zentimeter gewählt Weil äh Das ja doch etwas engere Radien sind Und ich bei der Außenwände gemerkt habe Naja drei Zentimeter und Gewindestangen und so weiter Das wird schon Auch bei den größeren Radien Schon ein klein bisschen eng Und deswegen habe ich mir dann gesagt Nimmst du hier mal vier Zentimeter Und äh Und dann hast du auf jeden Fall noch genug Platz für deine Gewindestangen Gut Jetzt hast du das zum Hamburger gestapelt Zeichnest deine Radien ein Und dann fixierst du die dann alle übereinander liegen Ich muss jetzt erstmal auf jeder Platte natürlich meine Radien fixieren Und den Den Innenkreis Ja So und äh Wenn ich das angezeichnet habe auf jedem Brett Dann werde ich die wieder übereinander legen Und dann kann ich äh Und dann kann ich äh Im Prinzip direkt Alle auf einmal Bohren, säen Okay Bearbeiten Wie das geht Das seht ihr jetzt Aber Bis zum nächsten Mal 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 Rajoy So Ralf Jetzt Pump fixieren Ne Denn fixierst du die Platten übereinander liegen Und dann passen alle Bretter mit einer Art. Was das für ein Segelbank nimmt, dann zeige ich euch auch einmal das Foto, was ich gemacht habe, damit ihr das jetzt einmal seht. Und zwar müsste man hier noch etwas unterlegen, damit das gerade ist. Ja, genau. Von dem einmal unerschönen... Nee, kann man klären. Oh, das macht ja das bestimmt kaputt. Dann seht ihr das toll bei Holzen. Und dadurch, dass wir jetzt... Soll ich das mal halten? Und dann haben wir da nämlich eine Bohrung. Genau. Eine Bohrung für den inliegenden Ausschnitt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Das kann man unschwer erkennen, dass sie alle jetzt geschnitten sind. Das sind jetzt vier Stück auf einmal gewesen. Der Vorteil an dieser Methode ist natürlich, dass sie dann alle exakt gleich sind. Und dadurch, dass du ja auch gleich hier einmal diesen Schritt machst, um das ja einmal zu trennen, was gemacht werden muss. Das kommt ganz zum Schluss. Und das sind jetzt die Platten, die du drunter als Verbinder nimmst. So, dann haben wir das auch schon mal vorbereitet. Dann braucht man das jetzt natürlich nicht mehr zu machen. Jetzt kommt der nächste Schritt. Der nächste Schritt, ja. Der nächste Schritt ist das Anzeichnen. Aber du machst das heute mit dem Maßband, weil das wird wahrscheinlich jeder in Hause haben. Ich mache das mit dem Maßband. Man kann es aber auch mit einem Kurvenlineal machen, mit einem Gummin-Lineal. Das kann man bei einer Frau aus den Ängenkästen glauben. Wie immer. Wie man hier schon auch schwer erkennen kann, ist hier ja im Prinzip schon die Anzeichnung hier. Das ist quasi der Strich, wo ich vorher die Mitte mit angezeichnet hatte. Kann ich jetzt ohne Probleme, kann ich hier dann einen geraden Schritt durchmachen. Und dann passt das alles. So, du hast das jetzt in der Mitte. Ja, ich mache das in der Mitte. Ja, alle 30 Zentimeter einen Strich. Genau. Weil, wenn ich das jetzt zum Beispiel ja außen machen würde. Außen ist der Weg ja länger. Ja, innen ist der Weg wieder kurzer. Also mache ich das in der Mitte. Und, äh, muss dann gucken, dass ich das halt eben irgendwie... So, 100% genau muss es ja auch nicht sein, weil die Bretter da auch nur in eine vorgesehene Position gebohrt werden und fixiert werden. Ja, hinterher. Deswegen ist das jetzt nicht so schlimm, wenn da 5 Millimeter oder was am Beispiel steht. Zum Beispiel. Weil es kommt ja nur auf diese Position auf. Anders geht das ja nicht. Und das ist halt der Vorteil. Also, immer schön mittig anlegen und dann 30 Zentimeter mittig einen Strich machen. Das ist total easy. Ich habe mir das voll schwer vorgestellt. Also, wie gesagt, wenn man weiß, wie es geht, weil sich einmal überlegt hat, wie es funktionieren kann, ist das eigentlich alles nicht schwer. Mit Lego-Fast. Man muss nur halt eben vorher... Da kommt ein Strich. Ja, man muss vorher einen konkreten Plan haben, wie es am besten funktioniert. Ja, und dann ist das wunderbar. Eigentlich alles... tippitopp. ...wird doch recht einfache Sachen. Und natürlich machen wir euch auch in der Lesenzeit eine Kurzfassung von allem, was wir jetzt mit der Wendel gemacht haben. Wie ihr jetzt die Wendel fixiert, das müsst ihr selber entscheiden. Ich zeige euch jetzt nicht, wie ihr die Wendel auf dem Modul baut. Weil viele bauen ja auch keine Modularanlage. Wie es halt befestigt, zeigen wir euch ein paar Fotos, haben wir auch schon mal was dazu gesagt. Aber wir zeigen euch halt nur, wie ihr die Wendel selber baut, nicht wo ihr die Wendel drauf baut. Weil das kann man, denke ich mal, auf alle Bauraten übertragen. Was ich da jetzt... Im Prinzip, ja, Björn. Die Sache ist halt eben nur die, wenn ich jetzt zum Beispiel den sogenannten entspannten Unterbau wähle, ja, und baue das in einer sogenannten offenen Rahmenbauweise, die Anlage, dann habe ich natürlich ein Problem. Das zu fixieren, da musst du ein Brett drunter nehmen. Da musst du, genau, musst du auf jeden Fall irgendwelche Anschlagpunkte, musst du dir... Ja, und das haben wir ja meistens immer, habe ich ja gesehen, weil sie wie zu machen, da baut ja auch irgendwie sowas in der Rennisch. Also, wenn man dann sowas hat, dann muss man sich halt jedem Streben rüber baut, so, und dann muss man dann überlegen, wenn ich dann aber Hölzer habe, die beispielsweise so dick sind, wie hier unsere Rauschbunddinger hier, dann, ja, dann, ne, bei der Dicke, dann muss ich dann ja wieder die Gewinkelstangen länger machen, oder aber ich gehe hin und nehme, so wie wir es bei unseren Beinen und mit den verstellbaren Füßen gemacht haben, dann dementsprechend diese Einschlagmotoren... Ja, das wurde ich noch mal kurz. mit 6 Millimeter Größe, ne, passend zu den Gewindestangen halt. So, wir entfetten mal das. oder die aus dem Möbel, auch wieder da letztes Mal genau was. So, wir meinen die hier, da müsst ihr dann halt entsprechend vorbohren, dann wird das eingeschlagen im Holz und durch diese Widerhaken heran. Verrutscht das eigentlich auch nicht, ne, aber klar, wenn man das tausendmal rein und raus nimmt, das Bauelement, einschlag, die Mutterhäuse, wie auch immer das Ding hier heißen, dann ist ja klar, dass das nicht mehr in das ausgelutschte Loch dann greifen kann. Aber das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee, weil das ist eigentlich total leicht, weil die Gewindestangen später, die macht man dann ein bisschen länger, da schauen wir unten durch und dann werden die dann reingeschraubt, kriegt der im M6 und M8. Das ist halt je nachdem, wie man das braucht. Man kann auch, wie man das modulare auf zwei Ebenen, wenn es dazu, wenn es dazu irgendwelche Fragen gibt, klar, man kann fragen, aber ihr seht auch, wir werden die Fragen natürlich auch beantworten, das machen wir gerne, wie man die Einsteigungen dann einbaut, das seht ihr zum Beispiel in dem Video zu den Modulen in zwei Ebenen, wo wir die Beine bauen. Das heißt, ich glaube, wir bauen Beine, da bauen wir dann 20, 30 Beine und dann seht ihr genau, wie man das Wasser auch bearbeiten kann, das so ist. Ein Zentimeter, ich gehe auf ein Zentimeter vom Rand, um da meine Bohrungen für die Gewindestangen zu machen. Für die Gewindestangen. Also ein Zentimeter vom Rand nach innen, jeweils. Genau. Okay. ein Zuschauer muss man dann halt vorsichtig wollen, damit es sich ausreißt, genau. Da kriegt man schon hin. Man hat ja Zeit. Welche Gewindestangen nimmst du denn da? Ich habe mich für 6 mm entspricht. 6 mm Gewindestangen, das heißt, ich bohre dann dementsprechend natürlich auch 6. 6 mm. Gut, ich mache mal für die Jungs ein Foto, bevor du jetzt bohrst, damit wir dann einmal von unserer Perspektive aus einfach schön zeigen können, was wir da treiben. Ich muss sagen, ich glaube, die ist besser gelungen als die ausgerüstet. Ja, das ist Prototyp ist Prototyp. Genau. Beim Prototyp wirkt man und dann anschließend weiß man, wie es funktioniert. Genau, lieber versagen wir uns was, wie sich hundert andere Leute sich da versorgen. Weil dann verschweigen wir. und dann Das nächste Wendetrassenbrett aufbringen, man sieht es hier oben schon liegen, ich bin gerade am einstellen über die Muttern an den Gewindestand wie hoch die nächste Trasse liegen soll, ich bin hier rausgekommen auf genau 5,5 cm also 55 mm und das muss ich mir jetzt an den einzelnen Gewindestand einfach mal einstellen, dass ich meine ganzen Muttern auf die 5,5 cm hier einstellen, misst du die Unterkante von der Hochscheibe? Ja. Okay. Gut, ich denke mal du stellst das ein und dann machen wir weiter. Genau. Jetzt versuchen wir dann mal das nächste Trassenbrett hier drauf zu kriegen, nachdem die Muttern alle soweit eingestellt sind. So, jetzt müssen wir da gleich gucken, jetzt zweimal. und dann, dass wir unter die Bleibe herkommen. Und das ist so, vermutlich, vermutlich ja, hier wahrscheinlich auch. Noch ein Stückchen, noch ein Stückchen, jetzt noch breit und jetzt runter. Achso. Ja. Wendelbrett ist drauf, eingestellt haben wir auch so, da oben rum soweit alles. Oh. Ach, da kann ich dir ja auch helfen. Einfach die Muttern drauf. Ja, U-Scheiben drauf, Muttern drauf. Ja. U-Scheiben habe ich extra etwas kleiner genommen. Ja, wie ihr seht, bin ich schon wieder fleißig am Basteln hier. Ich bin gerade dabei, die Gleise auf der Wende zu verlegen. Und um die vernünftig verlegen zu können, bin ich sie jetzt gerade halt eben in der Verbindung am Verlöten. Weil ich verlege auf meiner Wende ja grundsätzlich Flexgleise, weil es bei den Gleisschuhen ja durchaus zu Übergangswiderständen kommen kann. Weil es ja nur gesteckte Verbindungen sind und hier die gesteckte Verbindung halt eben auch den Übergangswiderstand darstellt. Da habe ich gesagt, ja, ich verlöte die, damit es dann auch halt eben nicht großartig zu Kontaktproblemen kommt. Der Gleis ist verlötet. Ich kann jetzt hier dann mal mein Flexgleis weiter biegen. Mal sehen, wie es hier hinpasst. Ich gehe auf der Wende hin. Achso, ja. Es hat auch einer in den Kommentaren gepostet. Naja, wir würden ja sicherlich hingehen und hier dann halt eben auch eine sogenannte Überhöhung einbauen. Das heißt also, dass das Gleis an der Außenseite mit einer kleinen Litze unterlegt wird. Ich habe mich jetzt bewusst dagegen entschieden. Das Gewicht der Spur-N-Waggons und auch der Schwerpunkt bei den Waggons halt eben, ja, nicht tief genug liegt. Der Schwerpunkt liegt nicht tief genug. Das Gewicht ist nicht allzu hoch, sodass sich eine Überhöhung sowieso eher ungünstig auswirken würde. Sodass halt eben die Waggons dann ab einer gewissen Geschwindigkeit dann wohl doch eher zum Umkippen neigen würden. Und deswegen habe ich mich dann jetzt bei meiner Wende auch aufgrund der Gleisradien halt eben einfach bewusst dagegen entschieden hier eine Überhöhung reinzubringen. Bei den Geschwindigkeiten, die halt eben auf der Wende gefahren werden, denke ich mal, kommt man auch ganz gut ohne eine Überhöhung aus. So, ich gehe jetzt hier hin und fixiere meine Gleise, nachdem ich halt eben die Gleise so ausgerichtet habe, dass meine Schraubenlöcher hier halt eben genau auf meinem angezeichneten Mittelpunkt liegen. Dann kann ich die Gleise wunderbar mit Pinnwandnadeln hier drauf fixieren. Das funktioniert hier im Holz eigentlich im Prinzip genauso wie auf Kork. Und die Methode der anschließenden Gleisbefestigung ist ja gut den erfahreneren unter uns wird es sicherlich sowieso schon bekannt sein. Das heißt, man macht sich die berühmte Holzleim-Wassermischung mit einem Spritzer-Spüli. Also das Einschottern wollte ich wohl gesagt haben, beziehungsweise das Verkleben der Gleise hier im Schattenbereich läuft also äquivalent vom Einschottern. Nur halt eben ohne Schottern, weil im nicht sichtbaren Bereich, äh, da muss ich da leise einschottern, sieht doch eh kein Mensch. Im nicht sichtbaren Bereich schön, im nicht sichtbaren Bereich wie in den Schattenbahnhöfen kann man sich das durchaus sparen. Radien halt eben den Außenradius, den Innenradius, der Wendel, äh, beziehungsweise die Außenkante, die Innenkante des Trassenbretts. Und äh, meine beiden Radien hier angezeichnet, die auf der Wendel dann halt eben hier ihren Platz finden sollen. So, hab dann die Außenkante, die Innenkante dann ausgesägt mit der Stichsäge. Tja, ja. So, bye. Ein bisschen warm ist. Ich könnte machen wie er wohl. Ja, ein bisschen warm ist. Ja, ich glaube, es ist nur warm. So, ich fette das hier an. Das ist der Wettbewerb. Und der Boiler! Das war ja easy. Ich muss aufpassen, dass das Ding so stabil ist, dass man hier nicht abputscht. Also stabil auflegen? Ja, auf jeden Fall. Stabil auflegen, das heißt stabil, aber so, dass man eben die Säge da sauber gerade durchführen kann. Ja. Das ist ein klein wenig Material. Ist ja klar. Das bleibt durchs Haus. Bedingt durch die Sägeblatt dicker, aber das kann ich super gerade wieder aneinander legen. Nachdem wir dann jetzt beim letzten Mal halt eben unser zweites Trassenbrett, der Wendel, hier so nett drauf montiert bekommen haben, geht es demnächst dann mit der Gleisverlegung weiter. Aber bevor ich jetzt dann hier auch noch direkt die Gleise weiter verlegen kann, gehe ich dann unter anderem auch noch hin und werde dann mal den Übergang hier noch etwas stabilisieren. Das heißt also, ich werde da so ein kleines Reststück, was ich halt eben aus den Abschnitten hier außenrum, was ich durch das Wendelbrett ausgeschnitten habe. Das ist nur richtig geblieben. Ist ja auch okay. Weißt ja. Das ist ein Leib auch. Das werde ich jetzt einfach noch mal darunter leimen. Ja. Und dann geht es mit der Gleisverlegung weiter. Einfach, einfach Sack Leiben drauf. Mhm. Ja. Und dann muss ich mal, dass ich das da irgendwie drunter kriege. Ohne großartig was zu versauen. Ja, das sieht schon mal so gut aus. Und dann geht man hin. Oder wie ich hin. Und dann brauche ich nicht so was zu machen. Schau mal, was hat man da gelassen, Jürgen. Ja. Es ging. Also unter anderem auch darum, die Ausfahrt von der Wende in den Schattenbahnhof beziehungsweise Einfahrt in den Schattenbahnhof zu bauen. Dadurch, dass wir ja jetzt unsere Gleise so weit verlegt haben, dass wir jetzt quasi die letzten Flexgleise auf der untersten Ebene unserer Wende legen können. Und dann musste ich mir natürlich auch dann gemeinsam mit Jürgen was überlegen, wie wir denn halt eben von der Wende in den Schattenbahnhof beziehungsweise in den Übergang rein kommen zum Schattenbahnhof. Ich habe erst gedacht, naja gut, okay, das Trassenbrett halt eben dementsprechend anschreiben. Wobei wir dann hinterher festgestellt haben, nö, also zufälligerweise ist das Trassenbrett ja 4 mm und somit dann genauso dick wie unser Kork, den wir hier auf den ganzen Modulen verklebt haben. Und somit erübrigt sich dann halt eben auch ein Anschrägen des Trassenbrettes, um dann halt eben den Übergang vom Trassenbrett auf die Grundplatte halt eben etwas weicher zu machen. Wie man das hier jetzt gut erkennen kann, sind wir hingegangen und haben dann das Trassenbrett einfach auf das Virol aufgeleimt. Wir haben das zunächst mal auch mit Pinwandnadeln einfach fixiert, bis der Leim getrocknet ist und sind dann hingegangen und haben einfach für den weiteren Gleisverlauf uns das so vorher angezeichnet und aus unserem Kork ausgeschnitten. Und dann den Kork halt eben einfach aufgeklebt, haben uns den Gleisverlauf vorher so festgelegt, dass wir gesagt haben, okay, wir kommen hier in einer Kurve auf das andere Modul halt eben drauf, beziehungsweise fahren über eine S-Kurve in die Wendel ein, klappt in meinen Augen wunderbar. Wir müssen, das Modul kommt ja hinterher an das eine Ende hinten von der Anlage zum Stehen, aber es steht momentan eigentlich genau verkehrt rum. Das heißt also, das ist dann hinterher, wird einmal 180 Grad gedreht, das ist quasi dann halt eben die Modulseite, die hinten auf der Wand steht. Und hier vorne, dadurch, dass es halt eben ein 90er Modul ist und die anderen, die nur 70er Breite haben, habe ich hier vorne halt eben 20 Zentimeter, die ich hier von dem Modul halt eben nicht wirklich nutzen kann. Das heißt, die andere Einfahrt dann zu der innenliegenden Wendel wird ungefähr hier liegen, da so gebogen in die andere Wendel, in die andere Wendel rein. Aber bis wir das bauen, vergeht noch ein wenig Zeit. Ja, Freunde vom Modellbau Niederkassel, das war's, mit diesem Wissen, was ihr da jetzt alles gesehen habt, könnt ihr eine komplette Gleisbindel selber bauen. Es war jetzt zwar nicht in der Reihenfolge, wie wir es gebaut haben, aber in dieser Reihenfolge funktioniert es auch, weil manche Schritte sind nun mal dieselben, ob ich denen das vorher oder später zeige, spielt keine Rolle, aber ihr wisst, erst die Stangen, dann war Holz, dann oben an und in die Gleise, bis unten hin, den Übergang gestalten und dann das neue Brett draufsetzen und bis oben hinbauen. Ja, das ist eigentlich super gelaufen. Ja, wir bauen jetzt noch eine innenliegende Wendel, deswegen, wenn das jetzt auch nicht eins zu eins die gleichen Bretter von Anfang an, wo er gezeichnet hat und gesägt hat, ist klar, aber vom Prinzip her ist es das gleiche, ob ihr jetzt seht, wie er den äußeren Hand schneidet, spielt auch keine Rolle. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, da lasst uns mal ein Like da und ja, das tue ich mir überraschend. was da in Zukunft kommt. Ich meine, ich habe da jetzt mega lange dran gesessen, aber das ist weit noch nicht alles. Viel Spaß bei uns und wenn es euch gefallen hat und ihr dranbleiben wollt und sehen wollt, wie es weitergeht, vielleicht lasst uns ja noch ein Abo da, wir würden uns freuen. Wenn ihr Fragen dazu habt, unten in den Kommentaren, ansonsten sagen wir erst mal Tschüss. Bis dann. 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 guy Bis zum nächsten Mal.